Nun, zurück zu unserem zweiten Teil. Ich hoffe, wir haben ein bisschen frische Luft schnappen können oder uns ein bisschen auch unterhalten können, wo auch immer wir uns befinden. Ja, wir machen weiter. Unser Text, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und hier waren wir so weit, dass wir das Thema hatten, Gott gebraucht vorbildliche Mitarbeiter. Welches Profil brauchen Gemeindegründer? Und wir sahen, glaubwürdig als Vorbild, im Auftrag zielstrebig, im Leiden erprobt, im Zeugnis freimütig. Nun folgt, sauber in der Motivation, Verse 3 bis 4, also Kapitel 2, Verse 3 bis 4. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also ich fasse es zusammen, nicht aus Irrtum, nicht aus Unlauterkeit, nicht mit List, nicht aus Menschengefälligkeit. Das sehen wir hier in unserem zweiten Hauptpunkt, saubernde Motivation. Ihre Ermahnung, Paraklesis, Ermunterung, war das Brüderliche, Väterliche, an die Seite nehmen, um zu ermutigen oder auch zu korrigieren. Wie war die Lehre und Predigt, das ganze Reden? Hier greift Paulus zu vier Beschreibungen, die wir eben hörten, um den einen Punkt klar zu machen. Liebe Thessalonicher, wir waren wahrhaftig, wir waren echt, durch und durch. Geschwister, es ist traurig, dass es auch im Reich Gottes unsaubere Motive gibt. Selbstloser, ehrlicher Dienst ist keine selbstverständliche Sache. Welche Spur hat Paulus hinterlassen? Welche Motive bewegten ihn? Seine Motivation war nicht unaufrichtig, trickreich, ehrsüchtig. Hier sehen wir die Negation, die Verneinung prägte seine Position. Wir hören ja das nicht so gerne, nicht, nicht, nicht. Aber es ist wichtig, sich abzugrenzen. Er grenzt sich nach vier Seiten sozusagen ab, um im Kern seine Motivation sauber zu halten und sie auch darzustellen. Nicht aus Irrtum. Also er war frei von Irrtum, was seine Verkündigung, seinen Dienst angeht. Weil er sich allein auf die Botschaft des Wortes Gottes beschränkte. Da kann man nicht irre gehen, auch nicht daran irre werden. Es ist unpopulär, nur die Bibel allein zu predigen. Aber wer sich nicht verirren will, der tut gut daran, das irrtumslose Wort zu predigen. Daran festzuhalten. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da geht das Licht uns auf. Da haben wir Licht für den Tag, für die Stunde, für den Moment. Nicht aus Unlauterkeit. Der Dienst war lauter, also rein, nicht verunreinigt. Wir legen alle Wert auf unbelastete Nahrungsmittel, auf reines, sauberes Trinkwasser aus einer guten Quelle. Und auch das Reinheitsgebot des Bieres in Deutschland unter Brauern ist ja legendär bekannt und wird immer noch hochgehalten. Paulus wollte das Wort lauter und rein bewahren und weitergeben, ohne zu panschen. In 2. Gründer Kapitel 4 geht Paulus auf dieses selbe Thema ein. Dort heißt es, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln, nicht in Arglist, noch verfälschen wie das Wort Gottes. Sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Ein Paulus war kein Ränkeschmied, kein cleverer, arglistiger Stratege, der fromme Strippen gezogen hat. Das Wort verfälschen bedeutet im Griechischen vermischen mit. In außerbiblischen Quellen bedeutet es, Wein mit Wasser zu verpanschen. Und dabei spielt die unehrliche Geschäftemacherei eine große Rolle. Wir wissen, dass in Deutschland vor vielen Jahren auch einmal ein Skandal da war, dass man dem Wein auch etwas beimischte. In manchen Bibelübertragungen, ich sage bewusst nicht Bibelübersetzungen, sondern Bibelübertragungen, findet man Aussagen, die haben ihren Ursprung nicht im Wort Gottes, nicht im Grundtext. Da ist die Quelle eine andere. Der Eindruck, das Gefühl, das Empfinden des Übersetzers. Da wird eigene Meinung dazu geschüttet und es wird tapfer vermengt. Gar nicht gut ist das. Ein weiteres. Nicht mit List. Keine Tricks oder Listen. Paulus hatte keine Lust auf eine fromme Trickkiste. Er dachte gerade heraus und so sprach er auch mit den Leuten. Seine Ethik der Beratung und Ermahnung der Verkündigung war Gott wohlgefällig. Und ein weiteres, wo er klar eine Grenze zieht. Nicht aus Menschengefälligkeit, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, Vers 4, mit dem Evangelium betraut zu werden. Denn so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott ist der Herzenskenner und der Herzensprüfer. Paulus hätte dem Prüfkomitee Gottes standgehalten. Betrachten wir Paulus als Soldat. Denn er und auch wir sind Soldaten Christi, der gemustert werden müsste. So hätte er Tauglichkeitsgrad 1. Er und seine Mitarbeiter dienten, um Gott zu gefallen. Das ist das entscheidende Kriterium. Er prüft die Herzen. Ihm sollen wir gefallen. Der Abschied von Menschengefälligkeit ist nie einmalig. Wie schnell sind wir versucht, um der Menschenwillen unsere Worte anzupassen. Was tue ich in meinem Dienst, um Menschen zu beeindrucken? Wie tauglich bin ich für Gott? Wer nur sein Ansehen oder Image pflegt, der wird seine Integrität irgendwann opfern. Das ist die Gefahr. Wenn wir unser Image pflegen wollen, müssen wir immer aufpassen, dass wir dabei nicht unsere Integrität unter die Räder kommen lassen. Es gab vor etwa 15 Jahren eine Situation in meinem Dienst. Da stand ich in der Gefahr, mich anzupassen. Denn der Druck war einfach da. Es gab einige Nöte in einer Gemeinde, über die wir in der Familie gemeinsam schon öfter gesprochen hatten und die wir auch merkten, dass sie immer größer wurden. Und irgendwann sagten meine Kinder damals bei Tisch auch, dass sie doch Sorge haben. Sie merkten diese Veränderungen, die so schleichend kamen. Dann sagte ich damals, Kinder, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ich esse Gottes Brot und ich singe sein Lied. Richtig gesagt. Aber in dem Moment, als ich es gesagt habe, wusste ich auch jetzt gilt es, das auch einzulösen. Ich wusste in dem Moment, Gott wird mich an der Nase fassen und sagen, überhaupt jetzt wirst du das auch erleben und durchleben müssen. Und so war es dann. Meine Entscheidung, nicht mit dem Trend der Verwässerung mitzugehen, mich da nicht anzupassen, hatte Folgen. Es war eine Prüfung, wenn man bedenkt, dass man plötzlich 60% seiner Unterstützung verliert, verliert, weil man nicht angepasst weitermachen möchte. Gott hat aber durchgetragen und Wort gehalten. Er ist treu. Er lässt uns nicht hängen. Er ist der Fels, auf dem wir stehen. Er hält. Und es ist nicht nett, wenn man Widerstände erntet, weil man einfach der Bibel vertraut. Aber diese Prüfung gilt uns allen. Denn Gott schaut auf unser Herz. Und Paulus zeigt Profil. Ein dritter Bereich, in dem Paulus als Diener Profil zeigt, entschieden gegen Versuchung, Verse 5 bis 7a. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Also die Versuchung ist da. Aber, wie wir auch 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 zitieren können, gibt es drei Ebenen der Versuchung. In drei Bereichen spielt sich Versuchung ab. Im Bereich Macht, Besitz, Ehre. Also auch Status, Anerkennung. Und hier sieht man diese drei Bereiche, die Paulus letztlich anspricht. Er hat darauf verzichtet, zu manipulieren. Schmeichelnde Rede. Das sind schöne Worte, um Menschen in eine Richtung zu bringen. Das hat mit der Macht der Manipulation zu tun. Paulus spricht in Römer 16 von den süßen Worten und schönen Reden, mit denen die Arglosen oder deren Herzen verführt werden. Paulus sagt die Wahrheit. Er lobte ehrlich und er kritisierte kritisch, wo es dran war. Erinnern wir uns, wie er Petrus einmal vor allen zurechtweisen musste, weil er mit den Juden heuchelte. Galaterbrief. Gewiss ist es gut, ein ehrliches Lob zu hören. Auch Paulus lobte die Gemeinden und zeigte Anerkennung und Wertschätzung. Wenn das wirklich ehrlich ist, prima. Aber bitte keine heiße Luft, keine hohlen Phrasen dreschen. Das ist hier gemeint. Manche Menschen sind so hungrig nach Anerkennung, da hat man leichtes Spiel, wenn man sie nur fleißig lobt. Kann man sie vor sich hertreiben. Da werden sie regelrecht hörig. Ja, abhängig von solchen Leitern. Wir brauchen keine Süßholzraspler. Nein, wir brauchen solche, die Gottes Wort ehrlich verkünden und auch ehrlich sind in ihrem Charakter. Paulus widerstand dieser Versuchung der Macht der Manipulation. Wir sollten ehrlich sein. Wenn das Schnitzel angebrannt ist, dann sollten wir nicht so tun, als ob das trotzdem ganz großartig schmeckt. Da kommt man schnell in eine zwanghafte Unehrlichkeit. Oder wenn der Nagel falsch in der Wand drin ist oder die Schraube nicht richtig passt, dann kann man ehrlich sein und nicht rumtrucksen. Unehrlichkeit betrübt den Heiligen Geist und ist unaufrichtig. Eine Versuchung besteht auch darin, den Inhalt der Botschaft, den Ohren der Hörer, schmeichelhaft anzupassen. Paulus erinnert seinen Freund Timotheus daran, dass es einmal Leute geben wird, die sich Lehrer suchen, wonach ihnen die Ohren kitzeln. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 Ich wünsche euch in der Gemeinde, in euren Gemeinden, stets Lehrer, die euch, wo nötig, auch mal liebevoll an den Ohren ziehen, anstatt sie euch predigen, wonach euch die Ohren jücken. Und dazu vielleicht auch noch den Bauchpinseln. Nein, Gott bewahre. Verstehen wir, das reine, lautere Evangelium der Gnade ist nie zu hart für uns. Aber es ist eine Wahrheit, die manchmal schmerzt. Macht, die uns überführt, die uns ins Licht stellt. Das müssen wir aushalten und nicht drum herum reden. Hart wird für uns das sein, wenn wir das Wort einpacken, die Wahrheit verstecken, uns ihrer schämen. Dann rauben wir uns doch das, was uns frei macht. Und sagte nicht Jesus, dass uns die Wahrheit frei macht? Und ganz gewiss brauchen wir dann, wenn wir die Wahrheit gehört haben, auch Gnade und Vergebung. Aber dazu ist sie dann da. Die wird der Herr uns gewähren. Wir kommen von der Macht zum Besitz. Vers 5 Keine Habsucht. Kein Vorwand für Habsucht. Die Begierde, etwas Materielles zu erlangen, ist gemeint. Gottseligkeit ist kein Mittel zum Gewinn. 1. Timotheus 6, Vers 5 Der Dienst im Reich Gottes ist keine Goldmine, aus der ich die fette Rendite absahne. Weit gefehlt. Und wir brauchen keine Privatjets als Verkündiger, um von A nach B zu kommen. So wichtig sind wir nun auch wieder nicht. Paulus macht klar, und das unterstrich er mit seinem Handwerk als Zeltmacher, dass er nicht diente, um bedient zu werden. Er hat wohl Gaben von den Philippon erhalten, aber er diente nicht aus Habsucht oder Gewinnsucht. Die Höhe des Einkommens sollte nicht die erste Priorität sein bei einem Diener in der Gemeinde oder in der Mission. Und ich weiß wohl, dass es auch manchen gibt, der einfach wirklich ein bisschen zu wenig oder viel zu wenig hat. Und da sind wir dann auch gefordert. 1. Keine Ehrsucht Vers 6 und 7a Noch suchten wir Ehre von Menschen. Die Ehrsucht korrumpiert unseren Glauben. Wie schon gesagt, Image oder Integrität? Manchmal müssen wir den Menschen auch unbequeme Dinge sagen. Da steht man dann schnell im schlechten Licht. Das kann zwar unserem Image schaden, aber so bewahren wir unsere innere Aufrichtigkeit. Unsere Echtheit. Ja, unsere Integrität. Mir sagte einmal eine Frau, du bist die wichtigste Person hier in dieser Arbeit. Ich wehrte mich strikt dagegen. Sie wollte das Spiel mit der Ehre mit mir spielen. Als ich ihr gegenüber in einer Sache keine Kompromissbereitschaft zeigen durfte, aufgrund des Wortes Gottes, war es aus mir der Anerkennung. Jesus rügte die Juden und sagte, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gottes nicht sucht. Er sucht, zerstört den Glauben. Frisst ihn an. Paulus und seine Mitarbeiter suchten nicht die Anerkennung von Geschwistern. Und ja, wir dürfen Anerkennung ausdrücken. Und gewiss haben die Geschwister Paulus und den Mitarbeiter gegenüber Anerkennung zum Ausdruck gebracht. Aber wenn man das nur tut, damit man einen Prozess in Gang setzt und eine Beziehung manipuliert, ist es einfach unrein, ist nicht sauber. Und Paulus fährt fort in Vers 7. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, er erinnert daran, wer er war. Ein Apostel, also Gesandter des Herrn. Einer der übrigen Apostel. Aber er legte Wert auf seine glaubwürdigen Taten und nicht auf seinen ehrwürdigen Titel. Ein weiteres wollen wir hier sehen. Im Dienst und Leben des Paulus wird uns hingegeben an Christi Liebe. Ab Vers 7, die zweite Hälfte. Liebevoller Dienst ist beziehungsorientierter Dienst. Wer dient, sieht den Menschen und nicht nur To-Do-Listen oder Programme, die man füllen muss. Es geht um Herzen, nicht um Kalender, nicht um Termine, nicht um ein volles Programm. Die vollkommene Liebe Gottes ist ausgewogen. Und hier zeigt uns Paulus zwei Aspekte derselben Liebe. Den mütterlichen, gnädigen und den väterlichen, richtungsweisenden Aspekt der Liebe Gottes. Hier Geborgenheit und Annahme, dort Korrektur und Festigkeit. Beides gehört zusammen. Schauen wir die mütterliche Seite der Liebe an. Sie ist gnädig, sie ist wärmend, sie ist annehmend. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Was für eine herzliche, warme, liebevolle Sprache. Zart, fürsorglich, pflegend. Die Milch des Wortes wurde vermittelt. Nährende, pflegende Fürsorge war Paulus Absicht. Wenn ein Mensch keine Spur der Liebe erfahren hat, wie sollte er sich liebevoll um andere kümmern? Dieses liebevolle Profil jedoch zeigt Paulus. Zueinander hingezogen sein, Nestwärme, Herzlichkeit, so beschreibt es Paulus. Gemeinde darf ein Zuhause sein, soll ein Zuhause sein. Da war Bindung und Verbindung da. In der Muttermilch befindet sich ein Stoff namens Oxytocin. Man nennt es auch Bindungshormonen. Es fördert die Bindungsfähigkeit bei uns Menschen. Und David sagt selbst von sich, dass Gott ihm Vertrauen eingeflößt habe an den Brüsten seiner Mutter. Interessant, nicht wahr? Nehmen wir dieses wunderbare Bild der Versorgung eines zerbrechlichen, schwachen Menschenkindes. Übertragen wir es auf unsere Gemeinden. Wo sind die, welche das Wort Gottes ganz individuell in Stille weitergeben? Jüngerschaft ist keine Massenveranstaltung. Wir brauchen besonders für den Anfang im Glaubensleben Zweierschaften für die Neugeborenen und mit ihnen. Da wird Vertrauen gefördert. In Gott, in sein Wort, aber auch in Menschen. Hier in einer solchen Beziehung entwickelt sich ein Verständnis Verbindung und Vertrauen. Echtes Vertrauen lernt man, indem man einander vertrauensvoll begegnet und Gemeinschaft pflegt. Jünger machen das gelingt in vertrauensvoller Beziehung. Die Misch des Wortes wird verabreicht. Nach ihr sollen wir begierig sein. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2 Dabei wird dem geistlichen Baby Vertrauen eingeflößt. Der Glaube, der kommt aus dem Wort und er wird dadurch genährt und dadurch auch aufrechterhalten und gestärkt. Wir glauben nicht an Menschen, sondern an Gott und allem, was in diesem Wort geschrieben steht. Allem. Wie Paulus das auch einmal gesagt hat. Wir vertrauen uns aber als Christen solchen Menschen an. Solchen Christen, die im Vertrauen auf Gott leben. Das schließt sich ja nicht aus. Das Vertrauen oder der Glaube an Gott und das Vertrauen in Menschen. An solche hängen wir uns. An solchen folgen wir, die uns angeleitet haben, die uns anleiten wollen. Da entstehen gesunde Bindungen. Hast du das erfahren? Diese mütterliche Fürsorge ganz zu Beginn deines Glaubenslebens? Ich glaube, da gibt es viele sogenannte weißen Christen, die das nie erlebt haben. Die kaum Jüngerschaft erfahren haben. Vor vielen Jahren war ich in einer Bibelschule zu einem Vortrag, habe über Matthäus 28 gesprochen. Den Missionsauftrag, ich nenne es lieber den Jüngerschaftsbefehl. Und ich fragte in das Plenum, etwa 150, 160 waren da. Wer von euch hat nach seiner Bekehrung mindestens ein zweiwöchiges Treffen über eine längere Zeit in der Jüngerschaft erlebt? Es waren keine zehn Hände, die hochgegangen sind. Das ist traurig. Paulus hat es anders praktiziert. Das haben wir gesehen. Jesus selbst hat das ja in höchstem Maße vorgelebt. Diese Zuwendung, diese Gemeinschaft. Er ist mit den zwölf Aposteln Tag ein Tag auch zusammen gewesen. Er hat sie geprägt. Hier geschah es mit der Bereitschaft, das Leben zu teilen und mitzuteilen. Liebe bewirkt offene Kommunikation. Vertrauen entstand durch die offene Atmosphäre einer innigen Herzlichkeit, die da war, die Paulus ausstrahlte, die er schenkte und da kam auch etwas zurück. Und nun die väterliche Seite der Liebe. Vers 9 bis 12. Sie ist wahrhaftig, sie ist belehrend, richtungsweisend. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Vers 9. Mein Vater hat mir nie eine Rechnung gestellt. Nein, ich wurde gut versorgt. Ich hatte, was ich brauche. Was ich brauchte. Oder hat dein Vater, deine Mutter, dir eine Rechnung aufgemacht, als du 18 Jahre alt wurdest, mit den Worten, so, jetzt müssen wir mal abrechnen, schließlich habe ich so und so viele Stunden in dich investiert? Eine solche Liebe, wie die hier, rechnet nicht auf. Sie dient einfach aufopferungsvoll. Paulus lag den Thessalonicher nicht auf der Tasche. Wohl hatte er Unterstützung von außerhalb bekommen, aber hier diente er aufopferungsvoll. Die Thessalonicher haben es gesehen und sie können es bezeugen und Gott selbst, wie heilig, also wie hingegeben, gerecht und tadellos Paulus und seine Mitarbeiter ihre Beziehung zu den Geschwistern gepflegt und für sie gelebt haben. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadellich, wie gegen euch die Glaubenden waren. Des Weiteren, Wegweisend durch Vorbild und Unterweisung. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wie war ihr dienen? Individuell. Sie hatten jeden im Blick. Wer es auch ein guter Hirte mit seinen Schafen macht. Geistlicher Dienst geschieht in kleinen Gruppen, in individueller Betreuung. Paulus hat die Gläubigen ermahnt, getröstet und beschworen. Da ist Tiefe, Ernst und Eifer zu sehen. Und gewiss geschieht das auch im Plenum, in großen Gruppen, in Großveranstaltungen. Aber es braucht auch diese persönliche Beziehung zu den Einzelnen. Zielgerichtet war ihr Dienst. Worum geht es in allem? Ob unser Leben Gott ehrt und ob es Gott verherrlicht? Das muss das Ziel unseres Dienstes sein. Gute Spuren hat Paulus hinterlassen in den Herzen der Thessalonicher. Diese individuelle Betreuung und das Einzelgespräch sind enorm wichtig. Ein Vater muss seine Kinder ermutigen und ermahnen, damit die Kinder Kurs halten und Mut fassen, feste Schritte im Leben zu gehen. Denn es geht um Gottes zukünftiges Reich und seine Herrlichkeit, in die wir einmal eingehen dürfen. Das Schönste kommt noch. Und weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, lohnt es sich, als Diener der Gemeinde diesen Vorbild des Paulus nachzueifern. Möge es der Herr geben, dass uns diese Verse ermutigen und anspornen. Dass sie uns durch Gottes Gnade und Geist auch Anregung sind für die wichtigste Suche im Leben. Dass wir Heimat suchen und finden in Jesus, aber auch in seiner Gemeinde. Und dass wir auch die richtige Suche nach Hürden mit Profil auf dem Schirm haben. Paulus sagte einst, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Das können wir hier getrost tun. Ich brauche nicht doppelt zu unterstreichen, wie sehr Paulus vom Vorbild unseres Herrn Jesus zehrte. Jesu Vorbild hat Zugkraft bis heute. Wir fahren fort im Text. Wir kommen zu Kapitel 2, Verse 13 bis 16. Gott bewirkt Frucht in den Gläubigen. Das kraftvolle Wort wirkt trotz Verfolgung. Drei Punkte. Ihr Glaube an das wirksame Wort Gottes. Ihr Glaube bewährt sich in Kämpfen. Ihre Feinde stehen gegen sie und unter Gottes Zorn. Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfiegt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Indem sie, um ihrer Sündenmaß stets vollzumachen, uns wehren, zu den Nationen zu reden. Damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Gott bewirkt Frucht in den Gläubigen in Thessalonich. Ihr Glaube an das wirksame Wort Gottes wird aufgegriffen. Die Aufnahme des Wortes ist Grund zu Dank. Paulus und seine Mitarbeiter haben geredet, gelehrt, gepredigt. Aber dass das Evangelium als das Wort Gottes und nicht nur als menschliches Gerede aufgenommen wurde, haben sie Gott zu verdanken. Mancher mag sagen, wenn du das Evangelium weiter sagst, was für ein Geschwätz. Und ein anderer sagt, was für eine gute Botschaft. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Denn er tut Herzen und Ohren auf. Und er wirkt diese Selbstautorisierung des Wortes. Wir verleihen dem Wort keine Glaubwürdigkeit oder Durchschlagskraft. Es ist lebendig und wirksam. Paulus dankt nicht den Thessalonichen für die Aufnahme und Annahme des Wortes, weil es nämlich Gottes Werk war, der wie bei Lydia auch hier die Herzen öffnete, sagte Gott Dank. Und Gottes Wort wirkt ständig. Von diesem lebendigen, wirksamen Wort weiß Paulus, dass es fortwährend wirkt. Dass es Früchte im Leben trägt. Dass es von Gott weitergegeben und bewirkt ist. Wo Gottes Wort gelehrt wird, geschieht Veränderung. Viele bezeugen das. Und es liegt nicht an den Verkündigern oder an ihrer Fähigkeit. Es liegt im Wesen des göttlichen Wortes, dass man Gott hört. Dass man versteht, was Gottes Wort sagt. Also nicht wir verleihen dem Wort Kraft und Würze als Verkündiger. Als Zeugen Jesu. Nun was geschieht durch das beständige Wirken des Wortes Gottes unter diesen Christen? Paulus erwähnt es. Ihr Glaube bewährt sich in Kämpfen. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden in Judäa, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Wir sehen, Gläubige sind Nachahmer. Sie tun, was andere Christen tun. Sie stehen in der aktiven Nachfolge. Es wird deutlich, dass sie zu Jesus, dem guten Hirten und seiner Herde, gehören. Nachahmung ist eine wichtige Frucht der Jüngerschaft. Sie folgen dem Weg, den andere Christen auch gehen. Sie gehen als Zeugen den Weg von Schmähung, Verachtung und Verfolgung. So wie die Christen aus den Gemeinden Judäa von den Juden bedrängt wurden, so erleben die Thessalonicher von ihren Landsleuten Ähnliches. Hier sehen wir, Gläubige sind auch Leidensgenossen. Denn es heißt, die in Judäa sind, in Christus Jesus, und weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Leidensgenossen. Wer Christ wird, wird schnell zum Fremdkörper in seiner Umgebung, weil er als Glied am Leib Jesu ganz zu Jesus Christus gehört. Das Feuer der Verfolgung hat weltweit bis heute viele Christen getroffen. Gläubige sind in diesem Sinn Leidensgenossen. Und Paulus und seine Mitarbeiter haben geredet, gelehrt, gepredigt. Und das hat die Wirkung entfaltet, dass eben tatsächlich dadurch auch Verfolgung losbrach. Und das ist auch heute noch so. Wir sollen offene Augen haben, wenn Glaubensgeschwister leiden. Füreinander beten, untereinander tragen. Paulus fährt fort und knüpft dann die Geschichte der ungläubigen Juden an, eine tragische Geschichte. Sie sind Feinde Jesu, Feinde des Evangeliums, der Christen ja letztlich Menschenfeinde. Vers 15, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Indem sie um ihr Sündenmaß stets vollzumachen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Also ein Predigt, ein Verkündigungsverbot hätten sie gerne an allen Orten verhängt. Die Feinde verfolgen die Gläubigen. Die mörderische Feindschaft liegt in ihrem Hass der Wahrheit gegenüber. Wer die Wahrheit in seinem Herzen kreuzigt, erlebt die Auferstehung der Lüge. Die Juden, welche die Wahrheit und damit Jesus verleugneten, sind für ihre Verblendung und ihren Hass gegenüber Gläubigen und allen Menschen voll verantwortlich. Die Feinde behindern die Verkündigung. Ja, sie behindern die Verkündigung des Evangeliums und damit hindern sie Menschen daran, zu Gott zu kommen. Gott lässt die Bosheit dieser Leute zu. Ja, das wundert uns. Und doch ist es so. Und Paulus weiß, dass es ein Maß an Sünden gibt, welches sie durch ihre Feindschaft vollmachen werden. Und damit wird irgendwann auch der Becher des Zornes Gottes überlaufen für sie. Die Feinde des Evangeliums wollen nicht, dass diese gute Botschaft bekannt wird. Und auch darum wird der ewige Zorn Gottes unwiderruflich über sie kommen. Ihr Gericht ist besiegelt. Wer die Wahrheit verfolgt, ist von der Lüge überwunden. Er ist und bleibt ein Verlierer auf der ganzen Linie. Und nun, nun kommen wir zum Ende dieses zweiten Kapitels. Die letzten Verse überschreiben wir mit den Worten Gottes, Familie, Held, zusammen. Bleibende Verbundenheit trotz satanischer Gegenarbeit. An vielen Stellen des Briefes wird die herzliche Verbundenheit zwischen Paulus und den Thessalonichern deutlich. Es ist eine unbeschwerte, helle Freude darüber, dass durch das Band der Liebe man miteinander verbunden ist. Dieses Band hat Gott geknüpft. Zunächst sehen wir erstens die herzliche Verbundenheit sucht Gemeinschaft. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Also herzliche Verbundenheit trotz Trennung. Paulus hätte sich kaum mit einem Lockdown zufrieden gegeben und nur noch achselzuckend auf der Couch gesessen. Es zog ihn zu den Geschwistern. Er wollte Begegnung, Gemeinschaft. Er wollte die herzliche Verbundenheit spüren. Ob nun mit oder ohne heiligem Kuss. Das persönliche Grüßen war ihm und seinen Leuten wichtig. Man sagt bei wahrer Verliebten, Trennung facht das Feuer der wahren Liebe nur noch mehr an. So kann man das auch hier sehen. Bei manchen Christen ist Trennung nicht Schmerz oder Verlust. Komisch. Aber was hat sie denn dann miteinander verbunden? Nur eine Vereinsmitgliedschaft vielleicht? Als Paulus sich in Ephesus von den Christen und den Ältesten verabschiedete, kullerten die Tränen. Und das war keine Gefühlsduselei, sondern der Ausdruck echter Liebe und Verbundenheit. Ein weiteres. Eifrige Bemühungen für eine Begegnung sieht man bei Paulus. Er selbst sagt und haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Ich höre, dass es manche Christen in Gemeinden gibt, denen es derzeit gar nicht schwer fällt, der Gemeinde fern zu bleiben. Der Lockdown oder die AHA-Regeln sind ihnen Anlass genug, sich der Distanz ganz hinzugeben. Aber das hat seinen Preis im Erkalten der Liebe, Geschwister. Paulus hatte großes Verlangen nach aktiver, gelebter Gemeinschaft. Er bemühte sich und unernahm etwas, damit man sich begegnen kann. Und wir? Tun wir was gegen die Distanz und Vereinsamung? Ist die Gemeinschaft mit Geschwistern wirklich wichtig? Nun alle, die wir hier teilnehmen an diesen Bibeltagen, können das bestimmt bestätigen. Sonst wären wir nicht irgendwie dabei. Aber bei aller gebotenen Maßnahmen, die ihre Berechtigung auch heute haben mögen, im Rahmen von Corona und so weit und so fort, sie dürfen nicht das Klima in unseren Gemeinden in einer Eiszeit verwandeln. Schreiben wir umso mehr Briefe, E-Mails, telefonieren wir, besuchen wir uns. Wenn Gott Liebe ist, dann sind überzogene Maßnahmen, ich betone, überzogene und unverhältnismäßige Maßnahmen, zwar keine Christenverfolgung, aber dennoch ein Angriff auf das, was unserem Gott heilig ist. Echte Liebe zum Nächsten und die Würde des Menschen. Zweitens, die Gegenarbeit Satans als Beziehungskiller. Deshalb wollten wir zu euch kommen. Ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Also hier durfte Satan dazwischen funken. Und da dürfen wir dazwischen beten. Wenn auch wir nicht immer wissen, wer hier welches Spiel mit uns spielt oder treibt, wir dürfen beten. Der Wille des Paulus war da. Paulus wollte Gemeinschaft und er unternahm aktive Anläufe. Aber sie konnten leider dann doch nicht umgesetzt werden. Aber dieser Wille zählt und hat Gewicht bei Gott. Der Weg war durch Satan versperrt. Satan, dieser Beziehungskiller, dieser Menschenmörder, wie ihn Jesus nannte, er funkte dazwischen und verhinderte die gemeinsame Begegnung. Wie, das wissen wir nicht im Detail. Und warum Gott es geschehen ließ, das wissen wir ebenso wenig. Aber manchmal darf Satan stören und zerstören. Wichtig ist aber, dass wir nicht durch unsere Trägheit oder Unterlassung, Gemeinschaft meiden und sie dadurch zerbröckelt oder schwindet. Denn so kann es kommen, dass die Liebe in vielen erkaltet. Und das ist vorhergesagt im Blick auf die Endzeit. Achten wir auf herzliche Liebe. Die Schrift sagt, liebt die Bruderschaft. Und drittes, die Gläubigen bleiben ihre Freude und ihr Ruhm. Aus der Sicht der Apostel, des Apostels und seiner Mitarbeiter, heißt es, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Also ihre Freude und zukünftige Hoffnung, die hat Paulus im Blick. Es sind Menschen. Paulus steckt trotzdem nicht den Kopf in den Sand. Er streckt sich aus nach dem, was kommt. Nach Christus und seiner Ankunft. Kopf hoch und Augen geradeaus auf das, was kommt. Dranbleiben. Die Vorfreude bleibt bestehen. Denn die Gemeinschaft unter Christen kann zwar gestört, aber nie zerstört werden. Wer zu Jesu Gemeinde gehört, wird mit entrückt. Der gehört dazu. Davon werden wir später noch von Wolfgang Nestvogel mehr hören. Ein weiteres. Ihre Herrlichkeit und Freude. Paulus ist nicht eitel, nicht von sich eingenommen. Was ihn erfüllt, was sein ganzer Stolz ist, wenn wir so wollen. Das sind seine Geschwister in Thessalonich. Sie sind seine Ehre, sein Ruhm. Denn sie sind Gottes Werk, geschaffen durch Gottes Gnade. Und doch unter Mitwirkung von Paulus und seinen Mitarbeitern. Sie waren Geburtshelfer. Wie eine Hebamme stolz ist auf ihre Kinder, so ist Paulus voller Freude über das, was Gott gewirkt hat. Er freut sich eines Tages, diese Geschwister dem Herrn als Frucht seiner Arbeit präsentieren zu können. Kein Wunder, dass er für sie dankt, an sie denkt und es ihn aus Liebe zu ihnen zieht. Hier ist eine Verbindung auf Ewigkeit geschaffen von Gott. Diese Freude und Liebe können auch wir miteinander teilen, Geschwister. Gottes Familie hält zusammen. Man beißt sich und streitet sich nicht in der Gemeinde Jesu. Das kann mal vorkommen, aber das ist da nicht gut. Das muss in Ordnung gebracht werden. Ich sehe und erlebe es als großes Privileg, wie Geschwister, viele Geschwister in Gemeinden mir begegnen und ich ihnen. Und wir dann herzlich verbunden sind, weil wir zu einer Familie gehören. Das ist ein Reichtum. Vater und Mutter und Bruder und Schwester finden wir, selbst wenn wir von der eigenen Familie verstoßen würden. In der Familie Gottes sind wir zu Hause. Was für ein Geschenk, dass wir als Christen einen Vater haben, durch den wir alle wirklich auf ewig herzlich verbunden sind. Lasst uns diesen Reichtum heben und in dieser Gemeinschaft ganz bewusst in herzlicher Verbundenheit leben. Gerade in dieser Zeit, in der es so viel kälter geworden ist. Wir Christen haben die Liebe zu den Menschen zu bringen. Und wir haben sie durch Gnade empfangen. Umsonst haben wir sie empfangen. Umsonst sollen wir sie weitergeben. Nun möchte ich schließen mit dem uns bekannten Lied, ich denke, dass es sehr viele von uns kennen, von Niklaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Die Strophen 4, 1 bis 4 möchte ich lesen. Die sind uns bekannt, das sind ja insgesamt sieben lesenswerte Strophen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir, der Schein. Er der Meister wie die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserem Überwinder, lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so fleht um die Wette, bis sie Jesus wieder stählt. Legt es unter euch, ihr Glieder, auf so treues Lieben an, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. So hat uns der Freund geliebet, so vergoss er dort sein Blut. Denkt doch, wie es ihn betrübet, wenn ihr euch selbst Eintrag tut. Halleluja! Welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat, dass der Vater aller Geister, der der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. Wir wollen noch beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Gemeinde baust. Du tust es heute. Aber auch damals hast du dein Wort gehalten und bis heute ziehst du dein Gemeindebauprogramm durch. Und es ist ein Programm mit Menschen. Es ist Offenbarung deiner großen Liebe, deiner großen Gnade. Und es ist Umsetzung des Auftrags, der vor Grundlegung der Welt gefasst wurde. Wir danken dir, als deine Auserwählten, als die Begnadigten, als Kinder des Heiligen Gottes, dass wir teilhaben dürfen an dieser Mitgliedschaft, an deinem Leib, in der du das Haupt bist. Ach, Herr, danke, dass wir inmitten von Kämpfen, von Nöten, den Ausblick immer wieder bewahrend auf dich richten dürfen, dass du wiederkommst in Herrlichkeit. Hilf uns, dass wir das Beherzigen, was wir gehört haben. Hilf mir, uns allen, so zu dienen, wie wir es gehört haben, von dem Vorbild der Apostel. Dass wir Gemeinschaft suchen, dass wir uns nicht kirre und irre machen lassen durch äußere Regeln, dass wir Wege finden, um zusammenzufinden, um Gemeinschaft und Liebe zu pflegen und zu nähren. Herr, erhalte unsere Gemeinden Land auf Land ab, dass wir nicht in der Liebe erkalten, sondern dass wir zunehmen in der Beziehung zu dir, in der Liebe zueinander und im Glauben an dein Wort. Danke für deine große Gnade und segne du weiterhin diese Bibeltage. Amen.